Hallo Leute, heute zeige ich euch mal, wie man mit Lego ein richtiges Laufstop-Motion macht. Also erstmal braucht ihr eine Platte und eine Lego-Figur. So, also die erste Laufart ist ganz normales Laufen. Dann macht man halt so ein Foto. Dann macht man so, auch ein Foto. Dann so, ein Foto. Und dann nochmal so, also vier Bilder für einen Schritt. Und das dann halt immer so weiter. Ja, jetzt zeige ich euch mal, das ist immer so. Jetzt zeige ich euch, wie man richtig rennt. Dann stelle ich die Figur hier hin, macht ein Foto. Dann bewegt man ein bisschen die Arme. Macht ihn so, macht noch ein Foto. Da macht man die Arme so. Dann tut man den aber zwei Felder weiter. Macht dann ein Foto. Dann so. Dann macht man wieder die bisschen den Arme zurück. Foto. Ähm, die Beine wieder so. Dann sind die so normal. Dann ist das hier. Dann müssen die Arme dann so wieder. Dann nochmal die wieder zurück. Und dann halt so. Und das halt dann immer weiter. Jetzt zeige ich euch mal ein Mal. Dannitta geht es doch mal. Vielen Dank.